Ja, herzlich willkommen wieder bei Bullmum Finance. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Mein Name ist Patrick und lass schon mal ein Like da, lass ein Abo da und natürlich die Glocke aktivieren, dann verpasst du kein Video mehr. Heute geht es zur Bitcoin-Analyse. Gestern habe ich ja zwei Videos rausgebracht, da bin ich jetzt noch nicht dazu gekommen, weil die Nachfrage auch recht groß war, wie meine Analyse bei David Frankberg. Aber heute gucken wir uns Bitcoin an, wir haben einen großen Ausbruch und ich habe noch eine kleine Information für euch als Community. Wie legen wir los? Wir haben Bitcoin-Having, steht wirklich direkt vor der Tür. Der 17. April 2024, wie gesagt, dieses Datum kann sich jede Zeit ändern. Also wir haben noch 50 Tage, 14 Stunden Zeit und 34 Minuten. Und ja, wenn der Bitcoin-Having näher rückt, geht natürlich auch der Bitcoin immer weiter nach oben. Lohnt es sich definitiv noch, bei Bitcoin einzusteigen und natürlich zu traden? Ja, das lohnt sich definitiv noch, weil wir haben noch 50 Tage Zeit, richtig gute Einstiege noch mitzunehmen und gute Pumps. Ja, natürlich jetzt über Nacht ist natürlich der Bitcoin extrem nach oben gepumpt. Und ja, da wurde auch schon sehr viel News rausgebracht, dass der nächste große Pump kommt. Ja, der ist definitiv gekommen. Wir haben auch wieder ein neues Hoch gebildet. Wir können auch das neue Hoch mal gucken. Wir liegen hier ungefähr jetzt Pi mal Daumen bei. 47.548 US-Dollar. Wir können das Ganze auch mal einzeichnen, dass wir hier auch noch ein Hoch gebildet haben. Machen wir das hier mal live, setzen wir das auf den Punkt genau fast hin. Genau, 57.548,3 US-Dollar liegen wir neuen Allzeithoch für 2024. Und das ist definitiv noch nicht alles. Wir werden auch Ende des Monats, würde ich jetzt nicht sagen, und doch könnte es sein, dass wir hier vielleicht diese 60.000 ankratzen. Aber wie gesagt, ist es noch Zeit, aber es kann möglich sein, dass wir spätestens am Donnerstag hier unsere 60.000 sehen können. Muss nicht, können, ja. Und ja, was ist jetzt? Wo sehen wir jetzt den nächsten Einstieg? Ich habe ja in meinem letzten Video ja auch gesagt, von der letzten Woche, wir haben jetzt eine neue X-Formation, X-Formation 1 und 2. Und 1 und 2 haben sich jetzt wieder gekreuzt natürlich. Und das passt wieder wie Faust aufs Auge mit Widerstand und Support natürlich. Und ja, ich habe auch natürlich gesagt, wir haben reintötig auch noch mal eine Korrektur zu sehen. Eine Korrektur ist auch gekommen, wie ich es gesagt habe, durch einen Abverkauf, einen kleinen M-Pattern ungefähr, dass man es so sehen könnte. Dann haben wir einen Abverkauf. Ich habe hier auch meine Linien reingesetzt, wo ich gesagt habe, wir könnten die 49.348 US-Dollar erreichen, wo viele gesagt haben, wir kriegen eine Korrektur von 30.000. Was natürlich für mich unlogisch war. Das habe ich ja auch gesagt. Und ich habe ja natürlich euch gesagt, wir müssen auch erstmal unsere Support-Linie von dem blauen X-Formation auch erstmal antesten. Wir haben es sogar angetestet, wie ich es gesagt habe. Wir haben Bounce nach oben gekriegt. Dann habe ich nochmal eine neue Analyse für mich gemacht und dachte mir, gut, okay, die 50.234 US-Dollar werden wir hier nochmal vielleicht erreichen. Aber nein, nicht ganz. Also wir haben ungefähr fast unsere 50.882 US-Dollar getestet und danach hatten wir den Pump nach oben. Und ja, die X-Formation, wie gesagt, ist wirklich sehr, sehr selten. Das macht natürlich nicht jeder. Diese X-Formation kann man wirklich langfristig nutzen, aber irgendwann hat es auch ein Ende. Ja, diese X-Formation hat jetzt auch ein Ende. Das ist jetzt sozusagen in die letzte Runde gegangen, weil die X-Formation hat sich jetzt zum letzten Mal die weiße und die blaue nochmal gekreuzt. Und wir sehen natürlich hier schön einen Widerstand wieder auf der blauen X-Formation und in der weißen X-Formation hatten wir auch direkt erstmal einen Widerstand. Also diese X-Formation funktioniert wunderbar. Und ja, wir haben auch hier erstmal eine Korrektur bekommen und danach ist der Bitcoin natürlich weiter nach oben geparmt. Also, wie man sehen kann, funktioniert diese X-Formation sehr schön. Ja, danach, wie gesagt, sind wir sehr schön nach oben geparmt in die Richtung zu 54.743 US-Dollar. Hier haben wir dann erstmal korrigiert ein wenig. Ja, und dann über Nacht sind wir wirklich weiter nach oben geparmt. Also, hier ist wirklich sehr viel Bewegung passiert. Ja, also daher suchen wir erstmal den nächsten Einstieg bei Bitcoin und wo würde ich jetzt rein theoretisch die nächste Long Order dann setzen. Natürlich, wie in jedem Video, gebe ich euch einen Tipp mit, wo ich dann einen Long Order dann wieder positionieren würde. Also, momentan haben wir ein neues Hochgebildet zu den 57.548 US-Dollar und haben jetzt rein theoretisch ein Support gebildet, rein theoretisch jetzt beim Widerstand bei 56.480 US-Dollar. 480 US-Dollar. Ja, also, wir setzen nur zweimal. Das könnte sein, dass wir nochmal antesten. Laufendes Tages könnte es passieren, dass wir erstmal nochmal eine Korrektur nach unten sehen, Richtung 54.743 US-Dollar. Wie gesagt, das ist natürlich möglich. Wenn wir natürlich runter korrigieren, auf die 54.743 US-Dollar und das Ganze hier unten nochmal retesten, dann wäre halt für mich in dieser Situation nochmal die Möglichkeit, eine Long Position zu öffnen. Also, wir warten erstmal ab auf eine Korrektur, die sollte definitiv kommen. Warum definitiv? Wir haben hier recht viele Käufer drin und wir haben extrem große Kerzen und diese große Kerzen, die Wendelkerzen, die müssen definitiv nochmal abgeholt werden. Also, hier könnte man sagen, dass wir hier nochmal 50% oder 30% Korrektur nochmal sehen könnten, dass wir hier rein natürlich nochmal komplett auf den weißen Support gehen, also auf die weiße Linie hier zu unserer X-Formation, dass wir das hier eventuell nochmal antesten könnten. Aber wie gesagt, das kann sich natürlich auch langziehen, dass wir es erst später das Ganze antesten. Aber definitiv könnte hier ein Retest passieren, weil Bitcoin kann nicht dauerhaft nach oben gehen, sondern wenn wir halt nur dauerhaft so eine Kerzen sehen, ist die Korrektur am Ende sehr, sehr groß. Und ja, das soll natürlich nicht passieren. Daher hoffe ich mal, dass wir hier erstmal eine Korrektur nach unten sehen, bevor wir hier wirklich nach oben weiter pumpen. Oder dass die Korrektur erst ab 60.000 US-Dollar dann passiert, dass dann die Korrektur dann vor der Tür steht. Also, diese zwei Szenarien könnten uns passieren. Pumpen wir natürlich hoch auf 60.000 US-Dollar ohne eine größere Korrektur jetzt seit hier unten. Dann können wir sagen, dass wir definitiv eine Korrektur runter sehen auf die 57.548 sogar runter nochmal auf unseren Support. Könnte dann auch passieren Richtung 55.768 US-Dollar. Also das wären zwei Szenarien, was hier theoretisch passieren könnte. Wie gesagt, ich habe keine Glasgugel, ich habe auch nichts anderes. Also es ist jetzt nur meine Analyse, meine Einschätzung zum Ganzen. Bis jetzt ist es ja recht gut aufgegangen, die Strategie und die Analyse von mir. Also wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da, die Glocke aktiviert und dann verpasst ihr natürlich auch keine Analyse mehr. Und umdrehen, ich bin kein Anlagenberater, auch kein Steuerberater. Das muss euch natürlich auch bewusst sein. Also alles, was ich euch mitgebe, ist nur meine privata Analyse, so wie ich trade. Jeder muss selbst entscheiden, wie er am Handelsmarkt tradet. Und jetzt komme ich nochmal auf ein Special zu. In der VIP Plus Gruppe habe ich das Ganze schon gestern angekündigt. Ich werde das Copy Trading ab dem nächsten Monat für Kryptobereich starten. Das sind manuelle Trades, da gibt es kein Bot, keine KI. Und ja, dazu werde ich dann diese Woche nochmal ein Video machen, wie ihr das Ganze kopieren könnt, welcher Broker das ist. Also hier wird definitiv was passieren. Wie gesagt, VIP Plus Mitglieder, die haben schon die Information, welcher Broker das ist. Und ja, die haben schon mal die Vorteile, dass sie halt schon mal kopieren können, sich vorbereiten können. Und ja, das heißt, spätestens morgen im Video, werde ich euch dann mitteilen, welcher Broker das ist, wie ihr das Ganze kopieren könnt. Und das findet ihr dann auch ab morgen in der Videobeschreibung unten. Wenn du nichts mal verpassen möchtest oder irgendwas anderes an News, dann kommst du auch gerne in die Telegram Gruppe, in die normale, die ist kostenlos. Unten ist der Link, wenn du in die VIP Gruppe mit reinkommen möchtest. Unten ist auch der Link, dass du VIP Plus Mitglied wirst, hier auf diesem Kanal. Dann kommst du einfach in die Telegram Gruppe rein. Und wenn du das gemacht hast, schreibst du einfach, dass du VIP Plus Mitglied bist. Dann kriegst du einen Link privat zugeschickt, im Privatschat natürlich. Und dann kannst du ohne Probleme in die VIP Plus Gruppe dazuscheinern. Genau, das war es jetzt erst mal zu den Analysen zu Bitcoin. Und wenn du jetzt wirklich sagst, hey, mach mal eine Analyse zu anderen Kryptowährungen, dann kannst du auch gerne deine Wünsche unten in den Kommentaren oder in der kostenlosen Telegram Gruppe gerne rein posten. Und natürlich werde ich jetzt auch gucken, dass ich auch nochmal die Altcoins wie WeShane und Solana nochmal in Angriff nehme, weil auch da bin ich investiert. Und wir gucken uns auch nochmal Luna Classic an, weil Luna Classic, das ist jetzt nur ein Tipp, kauft euch wirklich ein paar Tokens. Ich habe definitiv Tokens gekauft und ich habe rein theoretisch mein Investment schon raus. Und ja, dazu werde ich euch noch mehr sagen, laufend dieser Woche zu Luna Classic. So, das war es definitiv erst mal von meiner Seite. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß auf dem Handelsmarkt. Bis bald und bye bye.